Ah ja, ich verstehe schon. War ja klar, dass man mit mir wieder Öl in Blödsinn macht, ne? Das ist ja wieder typisch. Okay. Was habe ich auch anders erwartet, ne? Aber nett haben sie es gemacht, nett haben sie es gemacht. Kann man jemand sagen, wo ich die Zugrampe in den Forschungen finde? Ich finde die gar nicht. Die Zugrampe, die ist hier. Such mal Hochbahnen. Also die Forschung heißt Hochbahnen. Das gelbe Eignis der Pin. Ja genau, richtig, richtig. Ich finde aber ein bisschen nervig. Ich hoffe, man kann den ausschalten, den Pin. Also ich persönlich finde es ein bisschen nervig. Dann haben wir hier einmal Kohle an. Jetzt habe ich gar nicht genug von den Dingern hier. Ein bisschen doof. Glauben wir uns mal die Schaltung von Phantom. Blöö Phantom. Und das ist diese Schaltung hier für die gleichmäßige Abnahme. Zack. Was fehlt uns da? Schnelle Greifer. Und dafür uns Eisenplatten. Ich habe keine Eisenplatten mehr hier. Schade. Die Hochbahn ist nur im DLC. Ja genau. Also wenn ihr den DLC nicht gekauft habt, dann habt ihr auch keine Hochbahn. Das ist korrekt. Ähm genau. Gibt es bei mir nicht. Ja, hast du denn das DLC gekauft? Wechsel mal auf seine Perspektive und guck, ob du den Pin entfernen kannst. Ähm, ich kann mal gucken, aber ich... Hä, wie habe ich das jetzt... Ach sooo. Ich Dummkopf. Ich habe natürlich das so gemacht und habe dann da drauf geklickt. Aber wenn ich das jetzt entferne, ist auch der Ping weg. Ähm. Ja, man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Oh, guck mal, da werden sogar Batterien schon gemacht. Auch gut. Elektrische Motoren werden gemacht. Okay. Okay, weiß ich Bescheid. Nice. Habe es gekauft, aber Steam hat den installiert. Oh. Ja, das ist ja auch noch eine... Äh, ne, ne, ähm... Man muss es natürlich auch installieren, ne? Sonst klappt das auch nicht. So, wir stellen mal das ein. Ich habe... Wo? Guck mal, die Aliens sind back. Okay. So, das ist eingestellt. Wir brauchen natürlich hier noch, ähm... Einmal da drauf. Da drauf. Ach, das ist schön, dass sogar das geht, ne? Haben wir es vergessen? Ne, ich glaube nicht. Sollte passen. Das geht auf die Greifer. Passt. Oder anpasst auch. Dann müssen wir den gleichen Blödsinn wieder machen. Hallöchen, Bietzen. Einen wunderschönen guten Abend mittlerweile. Ist ja schon ein bisschen her, der Morgen. So, wir teilen das Ganze auf. Ähm... Was ist hier? Guck mal, da hat jemand schon Logistiknetz gesetzt. Fliegen da schon Drohnen rum? Ne, aber die ersten Hangare sind da. Ei, 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 ei. Da ist man kurz weg und schon gibt es Hangare. So, ich brauche sechs auf zwei. Den hier brauche ich. Fantastisch. Ey, hallo. Hallo. Da fliegen die ersten Drohnen. Ich glaube es ja nicht. Auch übrigens, Tossi. Ja? Wenn du mich beobachten willst oder Phantom, äh, du musst uns nicht anpingen. Ja, weiß ich. Du musst einfach nur auf unseren Namen klicken. Weiß ich? Ja. Ja, habe ich gerade im Stream gezeigt. Ah, okay. Aber danke für die Info. So, einmal hier rüber. Einmal da rüber. Wenn wir jetzt Drohnen haben, dann können wir ja auch jetzt hier ordentlich loslegen. bauen aber das bei dir. Ja, ich weiß. So, halt. Quatsch. Brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Mal mal. Einmal da hin. So. So. Ist das ein Grund, dass es hier abgekappt ist? Abgekappt ist? Keine Ahnung. Ich wusste, ob du vielleicht noch trainen willst. Achso. Ne, ne. Passt. Das passt soweit. Ähm. Aber nicht mal einen Stromasten kann ich mehr bauen. Mal. Damit kann ich es verbinden. Aber ich glaube, die reichen nicht bis runter. Fünf Stück. Ah, vielleicht. Vielleicht will man Glück haben. Boah. Aufpasst. Perfekt. So. Strom wäre da. Greifer fehlen hier noch. Das heißt, wir müssen damit zurück. Wir haben gerade unseren Schwefelzug. Ich weiß gar nicht, habt ihr mittlerweile einen Schwefelbahnhof? Ah, fast. Okay. Fast. Fast. Fast oder passt? Fast. Fast. Fast? Ich bin doch kein Hund. Ich fass doch nicht, ey. Ah, die Klappe. Ah, schön. Wir fehlen halt, äh, äh, noch die blöden Massengreifarme. Ja, geht mir genauso. Deswegen komme ich gerade wieder zurück, weil ich keine blauen Greifer habe. Ich habe noch ein paar blaue Greifer. Aber gut. Bin schon lange weg. Ich hätte noch 100 gehabt. Alles gut. Ich brauche auch Züge. Und dann kann ich hier auch gleich noch den, den Kohlebahnhof machen. Der mich ja auch fehlt. Ich will noch ein bisschen Stahl mit. Stahl? Ja, kann ich machen. Wird das so zwei, drei? Ja, ja. Nimm Kohle mit. Für Grundstoff. Äh, Nova, ich baue, äh, äh, Phantom, ich baue einen Kohlezug. Warum soll ich jetzt Kohle so eine Hand mit drehen? Achso. Oh, unser Kupfer ist aber auch gerade am abnuckeln. Ja, ich mache es. Äh, 211k nur noch. Ja. Ja, schön. Das ist schön, dass da Kohle ist. Äh, äh, das da Ding ist. Ja, cool, ne? Deswegen haben wir uns da auch entschieden für. Ach, scheiße. Wir haben doch schon. Ich habe doch Lokomotiven im Militar. Ach, Mann. Umsonst hier runter. Ich habe mir einen Eisenplatten. Okay. Da habe ich auch noch. Hm. Dann machen wir das hier mit. Und. So. Passt. Brauchen wir einfach mal was noch davon. Äh, davon ein paar, davon ein paar. So. Äh, Kohle. Wie viel Kohle haben wir denn hier noch? 487. Ja, dann. Ich würde es mal hier anzapfen, das Kohle, oder? Kunststoff. Ich würde sagen, ich habe da irgendwann mal eine Modularrichtung gebaut. Ja, nein, vielleicht. Ja, vielleicht was? Nur kuscheln. Äh, ii. So kuscheln, nicht anpassen. Ach, komm. Ja, nein, vielleicht nur kuscheln. Ich stelle die doch nicht mal so an, ey. Ach, guck mal. Es ist steinvoll, deswegen wird keine Kohle mehr hier abgenutzt. Äh. Das ist ungeschickt. Muss ich den Filter hier verstehen? Ne, er hat Nova gebaut. Musst du doch nicht verstehen. Hä? Kapier ich nicht mal ansatzweise. Was? Ey, das, das hier, äh, das mit auf, in den Tunnel reinläuft. Ach so, ist es, ist es, ach so, ist es im Kreis gelaufen? Das, das, das ist der Fischfilter. Ne, das, das habe ich, ja, das ist der Fischfilter. Ich habe den Fischfilter, ich habe den Fischfilter, ich habe das umgebaut, weil das war ein bisschen, ein bisschen doof, gesetzt und dann. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, ja, das ist der Fischfilter. Der berühmte. Ja, ich habe auch nicht Wunder, dann später bei der Mauer, ich habe den Fischfilter da nicht gefunden, das war Betons erster halt. Aber jetzt viel zu viel Stein drin, äh, weil von da oben nur Stein kommt. Der ganze, die ganze Kohle hier auf der linken Seite wird halt nicht abgebaut, wegen dem Stein. Deswegen, ich drehe das mal hier eben um. Also wichtiger für Schwefel wäre jetzt Kunststoff. Jetzt machen wir das da an. Ist da nicht überhaupt noch Stein auf dem Band? Muss ich das noch rausfiltern jetzt überhaupt? Nö, muss ich gar nicht mehr rausfiltern. Wir haben nur die Filterwinger da oben eingebaut. Ja, okay, dann kann ich jetzt das, das Stein jetzt hier auch voll rausnehmen. Dann brauche ich das ja gar nicht mehr. Boah, ist das langsam. Okay, so, perfekt. Jetzt sollte da auch wieder Kohle kommen. Hier. So. Äh, passend dazu, mhm. Du kannst hier passende Unterbrechung einbauen. Was, wo? Für Schwefel. Kannst du eine passende Unterbrechung für Schwefel einbauen? Wenn mit Schwefel voll, dann fahr zu Schwefel. Dings. Schwefel an. Wenn er mit Schwefel voll ist, soll er zu Schwefel fahren? Wenn er mit Schwefel voll ist, kann er zu dir fahren. Ist doch kein Ding. Schwefel an. Da. Ja, hier bitte. Schon fährt er los. Sag mir doch einfach, du kannst den Schwefel zu mir schicken. Red doch nicht so in Hieroglyphen Sprache. Ja, ich habe gedacht, du stellst ihn genauso ein wie die anderen. Nein, das lohnt sich nicht. Wegen, wegen einer Ressource brauche ich doch keine Unterbrechung ein. Das ist, äh, äh. Das, das macht absolut keinen Sinn. Aber nicht. Das ist das, was ich meinte vorhin. Das wäre oversized. Habe ich hier einen Bahnhof, den ich kopieren kann? Den da hier, oder? Dann kopieren wir mal den hier eben. Ähm. Kommen wir das hier weg. Das ist dann einfach Kohle ab. Äh, Kohle ab, ab. Kohle ab, ab ist auch gut. Ab, ab. Na, wisst du der Eindruck, dass die DLCs? Ich habe irgendwie, die Frage kommt mir heute irgendwie so bekannt vor. Hey, don't know it. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, äh, 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 ja, mega. Ne? Also, klar, wir sind, wir gammeln immer noch auf Nowis rum. Aber, ich kann mich nur gerne wiederholen. Das, das neue Schienensystem ist super. Wie kommt das denn? Lol. Also, das neue Schienensystem ist, ist fantastisch. Die neuen Einschränkungsmöglichkeiten. Allein die, die Tatsache mit den Gruppenschaltungen. Äh, für die Erzthöhe ein Traum. Was fehlt denn jetzt wieder? Das fehlt jetzt wieder roten Schaltkreise. Ah. Wer hält denn die Schaltung? Ja, der hält die Schaltung. Dann mache ich, ich mache jetzt erstmal hier blau. Dann geht das halt erstmal nicht anders. Das geht mir alles aus. Wir sind komplett überfordert. Quatsch. Klar. Ich glaube, das würde ein bisschen anders aussehen, wenn wir überfordert wären. Ich finde, das läuft eigentlich sehr gut. Wir bauen halt nicht nur Kacke, ne? Wir machen es halt gleich richtig. Wir sind ja auch keine Speedrunner, die hier jetzt versuchen, äh, äh, schnell, schnell ab nach irgendwo hin. Wir spielen es immer noch richtig, so wie man es auch richtig spielen mag. Ich weiß, der ein oder andere Zuschauer möchte vielleicht schon, äh, möchte vielleicht sogar schon den Planeten, alle am besten, am liebsten, alle Planeten schon gesehen haben. Aber ja. Ach komm. Was soll das? 2.97 sagt, träum mal dein Inventar auf Deutschstoff. Das erlaubt jetzt Kreuzungen zu bauen, ohne dass die Züge über die gleiche Gleise fahren. Oder habe ich das falsch stand? Korrekt, korrekt. Aber dazu brauchst du halt erstmal das da hier. Und das ist halt, äh, ein Produktionswissenschaftspaket, das ist noch ein bisschen... Wobei, es ist gar nicht mehr so weit entfernt, bis wir die Rampen haben, wenn ich ehrlich bin. Aber die Drohnen haben gerade Vorrang und die bessere, äh, Ausrüstung hat definitiv auch Vorrang. Weil es ist... Die Rampen brauchen wir noch lila. Ja. Dann guck doch mal, was lila braucht. Das ist eine Forschung entfernt. Wir haben alles, um die da herzustellen. Außer den Stahlbeton dann später. Zum Bauen. Jetzt dein Beton. Ja, ich sag ja gerade, wir haben alles für lila. Lila braucht kein Stahlbeton. Aber die Rampen... Ja, ich rede aber von lila Fläschchen. Sag mal, rieche ich ihn ätlich? Ja. Eilix Blechle. Geht erst mal um die Erforschung. Eins auf sechs. Ach. Ach. Hey Phantom. Eins auf sechs? Nein, sechs auf eins hab ich jetzt. Ach. Jetzt fällt ja hier schon Robber-Tangas hin. Ja. Ja. Ist doch voll der Herr. Nimm mal ein paar. Was brauchst du denn? Nimm mal Kunststoff mit. Nimm mal Kunststoff. Nimm mal Kunststoff. Hier ist kein Speedrun. Also definitiv nicht, auf keinen Fall. Ja gut, aber das ist schon saukool. Wie häufig sich meine Züge schon geschreddert haben... Hä? Dann hast du das mit den Signalen nicht ganz kapiert. Ich wollte grad sagen. Ne, ist mir egal. Die Planeten erstmal... Mich das hier, die neuen Mechaniken erstmal mehr. Ich denke, dass mit den ganzen Schaltungen und Verzügen und so weiter... Das ist alles noch nicht so ganz im Reinen. Aber das muss sich entwickeln. Ja, definitiv. Weil das sieht man dann ja auch. Du willst doch jetzt nicht etwa den Mast da so lassen. Oh Mann. Wenn du so fragst. Ja. Ah. Nichts darf man hier. Immer gleich gemeckert mir, Manu. Mit Recht. Ich hab keinen Stahl mehr. Bei der Hauptsache 370 Bauaufträge schon wieder. Ist doch normal, oder? So, dann haben wir hier... Kohle, Kohle, Kohle ab. Kohle an. Unterbrechung. Sprit. Kohle an. Ab, mach mal leer. Leer, 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 leer. Wo ist leer? Kohle an. Man braucht länger mit Zügen einstellen, weil es hier so viele Einstellungen gibt. Wo ist es denn schon wieder hin? Was suchst du denn? Voll. So. Nix. Hab's. Oh, verwende die Farbe der Zielhaltestelle. Uh, da muss ich ja nur die Farbe der Zielhaltestelle einstellen. So. Rossi, spring in den Zug, fahr zu Eisenarzt. Oh, was ist da? Oh, was ist da? Wieder angegriffen. Ah, wegen zwei Kackbeißern, die jetzt außerhalb meines Turms sind. Äh, wo sind meine Türme hin? Okay. Was soll denn jetzt der Zunk wieder? Also, mal ganz ehrlich. Weica. Hä? Was? Wie viel Brennstoff soll ich dir denn noch geben, du Arschgesicht? Da. So. Ah. Äh, dann fahr ich halt mal da hin. Auf geht's. I'm coming. Müssen die Wartebedingungen nicht andersrum? Kohle an. Leer. Kohle an. Oh, ja. Stimmt, habt ihr recht. Ach, das wegen der Zorn. Ich verstehe schon. Ja, Harald, hab's gesehen. Ja, Patrick, hab's gesehen. Oh, guck mal. Wenn ihr jetzt, äh, gedamagte Baustellen habt, wie hier. Habt ihr jetzt einmal die Icons hier so, mit gelbem Rahmen. Und wenn ihr mit der Maus drüber geht, seht ihr die Blaupausen. Also. Auch ganz nett. Ja, okay. Okay. So. Aber mehr ist hier nicht kaputt. Hopp. So, dann, äh, packen wir mal hier zwei Türmchen, drei Türmchen hin, einfach nur zur Sicherheit. So, du hast ja, die Kunststoff kann auch kommen. Okay, ja, muss ich noch einen Zug bauen. Aber ich hab den Zug im Inventar. Kohlezug steht schon, beziehungsweise, naja, jetzt steht er grad nicht, aber den Kohlezug können wir jetzt losschicken. Der kann grad nicht zur Kohle ab, weil er zu doof ist hier. Muss er einmal hier runterfahren, dann kann er auch rausdrehen. Äh. Mittlerweile hat die Strecke auch zu viele Züge, äh, beziehungsweise nicht die Strecke hat zu viele Züge, sondern wir haben zu wenig Signale auf der Strecke, weil die nicht fertig ist. Weil eigentlich sollten wir hier die Blaupause setzen, dass wir das mal gescheit machen. Ein Monster im Chat. Na dann, äh, mach ich doch gleich mal mit. Auslöser hier Monster. Ah. Ja, ja. Und uns geht das Kupfer aus. Ja, das hab ich vorhin schon erwähnt. Ja, ich weiß. Es wurde nur das Kupferfell angepinnt mit dem Motto, hier, da, hast du doch Kupfer. Bitteschön. Hol dir's doch ab, wenn du's brauchst. Deswegen, ich geb das mal weiter an dich. Was, an mich? Ja. Nix ist. Ja, dann... Ist doch noch, ist doch noch, ist doch noch, ist doch noch gerade da oben. Ich mach gut Stoff. Ah. Nova. Anwesend. Ich hab jetzt so, ich hab jetzt so ne Stahlbestellung, wohin damit? So, ja, kannst du mir gehen. Ich hab kein Stahlbestell. Ich rede ja auch nicht von dir. Ähm, ich geb dir mal das hier. Sonst noch was? Okay. So. Ah, da falsch rum. Scheiße. Äh. Äh. Du findest die gleichmäßige Befüllung, wenn da Schwefel statt Kunststoff eingestellt ist. Wenn da Schwefel statt Kunststoff eingestellt ist. Hä? Wo? Hier ist doch Schwefel eingestellt. Oder wo meinst du, Patrick? Nee, wer hat's geschrieben? Um Gottes Willen. Wo ist jetzt der Text hin? Chat! Sehe ich auch so, als wäre die schlau und so sinnvoll Dinge wie Schaltungen. Ich denke nicht. Hat das jetzt geschrieben, was ich grad vor... Ich lese was vor und find's nicht mehr. Naja. So, ich befürchte, äh... Wurde ja abgelenkt. Ich hoffe, das reicht. Hast du... Nova, hast du noch zufällig rote Schall... Äh, rote, ähm... Fließbänder? Falls es nicht reichen sollte. Ja, so... 600 Stück. Ja, das ist gut. Meinst du? Reicht das? Grat so... Aha. Aber ich glaube, es reicht auch so. Hoffe ich. Ja, doch, sieht gut aus. Passt. So. Es ist kein Zug auf dem Weg... Ah, okay. So, Kohlezug ist unterwegs. Dann stellen wir mal den Kunststoffzug hier hin. Erhubst, der ist falsch rum. So, Unterbrechung hinzufügen. Ähm, er braucht Sprit. Halte schon hinzufügen. Kunststoff an. Kunststoff ab. Bei Kunststoff ab... Machen wir leer. Bei Kunststoff an machen wir... Voll. Nein, schon wieder an. Ach, sag mal, bin ich besoffen? Bei Kunststoff an machen wir leer. Sag mal. Was ist denn da los heute? Bei ab machen wir leer. Kunststoff? Ne, bei ab machen wir voll. Tada. Ich muss, glaube ich, die Bahnhöfe umbenennen. Ich nenne es am besten voll und leer. Dann macht es mir Sinn. Sag mal. Sind die Bahnhöfe voll oder leer oder du? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm. Ah, er hat mir gerade Kohle gebracht. Bringt mir nur nix, weil ich keine Greifer hier habe. Schön. Nehmen wir mal was raus. Einmal hier rein. Einmal da rein. So. Müssen wir halt erstmal blaue Greifer hier hinsetzen. Aber das ist egal. Jaja, das passt erstmal. So, dann gucken wir mal, ob hier auch alles funktioniert. Das hat mal wieder ein Eisenerz zugedreht. Ja, ja, ja. Ja. Äh. Waddis. Also, ping, ping. Waddis. Das ein, das ein Ding. Ah, nee. Oh. King. Konntest du über die Karte machen. Konntest du über die Karte machen. Konntest du über die Karte machen. Kannst du auch mal in vollen Sätzen sprechen? Da war ein Teil da falsch rum. Aha. So, was macht eigentlich unser Flüssiggas? Flüssig sein. Ne, die Rohre sind einfach leer. Cool. Wahrscheinlich, weil wir vollgelaufen sind mit Armkram, oder? Äh. Also, am Öl liegt es nicht. Am Wasser liegt es auch nicht. Wir sind, Schweröl ist voll. Ja gut, da muss erst mal das Leichtöl abgearbeitet werden. Ja, ich flasche mal kurz das Schweröl. Was? Ey, was? Wahnsinnig, ey. Was denn? Was ist die Hölle? Ja. Guck mal, jetzt läuft es hier auch mit Kunststoff. So. Den Scheid. So, auch nicht anders. Gibt es hier keine... Was ist denn, was ist denn eigentlich das hier für ein Gequetsche hier? Bozzi? Ja? Da, wo ich gepinkt habe... Ist nix. Da ist ein Nester mit blauen Spuckern. Die sich sammeln. Gut. Und wohin sammeln sie sich? Ja, ich vermute mal hoch zum Eisen. Was macht denn die Panzerforschung? Die ist noch ein bisschen weit weg, oder? Wo ist denn eigentlich der Panzer? Ich dachte, der kommt früher. Oh, erst mal... Äh, äh... Erstmal für Chemie. Warte mal, halt, halt mal weg. Können wir doch forschen. So. Gute Nacht, alle. Bis dann. Dagor, danke schön für's Beisein. Schlafe gut. Vielen Dank für deinen Support. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bei der Kohle, da ist ein Kombinator. Schwefel statt Kohle. Ach, bei der Kohle ist ein Kombinator? Das glaub ich nicht. Ich weiß nicht, was ihr für Hirngespinste habt, aber... Wo ist hier ein Kombinator mit Schwefel? Ich seh hier keinen. Ach, guck mal, wir haben hier was vergessen. Müssen wir das hier auch noch machen. Dann kriegen wir auch volle Fließbänder. So. Du hast, äh... Hier oben was vergessen. Ach du Scheiße. Guck mal, unser Eisenerz wird jetzt geknabbert. Hihihi. Ach so. Ja, ich geh da jetzt nicht hin, weil... Dann werd ich mitgeknabbert, weil... Ich komm mit dem Auto. Okay, dann lauf ich mal hin. Was hab ich vergessen? Munition. Ne, was ist da, Nova? Äh, Phantom? Du hast den, äh, äh... Den Kombinator vergessen. Den konstanten Kombinator. Das sind das viele, ey. Nein, brauch ich nicht. Nicht? Dann erzähl mir, warum die nicht einladen. Äh, dann fehlt da was. Aber nicht der konstante Kombinator. Nein, der fehlt da nicht. Ja, okay. Den brauch man da. Guck doch, bei Schwefel hab ich den doch auch nicht. Der ist... Bei Schwefel ist der deaktiviert. Der ist... Ach so. Ja? Ich, ich komm gleich hoch zu dir, ey. Ach so. Stunden später. Ich bin gleich da, Nova. Naja. Passt dir Zeit. Oh Gott. Alles gefressen. Komm, mit Rudermunition ist hier drauf ballern. Äh, äh, äh. Ich hab zu wenig... Hast du noch Munition dabei? Ich klau mir mal kurz aus deinem Auto was. Ja. Ach, das war's schon. Okay. Ja, ja. Es waren halt viele Spucker. Die machen viel Schaden. Ja. Ähm. Ah, greifen wir zu dritt da an. Nimm mich mal mit, bitte. Ja, warte. Ich komm. Man muss aber umstellen und wieder Beifahrer schießen. Ja. Au. Das war eng. Das war eng. Du bist mir über den Fuß gefahren. Mann, ich hab fünf Leben verloren oder so. Oh. Au. Hältem gestorben? Ja. Huch. Oh, das gibt Abzug in eine B-Note. Das ging aber schnell. War auch ein blauer Beißer. Ah. Ich möchte erwähnen, dass ich nur noch eine Granate hab und du gegen den Felsen fährst. Ja. Und du immer noch gegen den Felsen fährst. Ach. Ja. Fahr mal irgendwo hin, wo wir uns reparieren können. Ohne gegen den Felsen fährst du jetzt zu fahren. Genau. Fahr zur Mauer. Das ist immer ein bisschen safer vielleicht. So. Guck mal, der hat Angst. Guckuck. Guck mal, wie ist die zerfetzt, ey. Einfach mal platt gefahren. Let's rock. Moor weitermachen? Ich muss wieder umstellen beim Schießen. Ja, hab ich grad gemerkt. Boah, da ist schon wieder ein Felsen. Jeez. Was das Zeug hält. Ventim, präparier mich. Oh, hä, war das eine leckere Rakete? Was? War das eine leckere Rakete? Normale. Du war der Dossi. Ich schieße. Äh. Kann ich nicht. Musst du aufsteigen? Einsteigen. Mäh, mäh. Weißt du, was da an Material drin war, Dossi? Nö, aber selber schon, wenn du mir das anvertraust. Hallo? Man greift ja auch nicht mit einem vollgepackten Auto an, oder? Also, schießt ihr auch mal auf die, oder? Ich hab kaum noch Leben. Ich hab keine Raketen mehr. Oh, alte Fahntechnik. Alter. Schieß doch auf den Fuhrund, du Depp. Nicht auf den Ding da. Da. Alter, der hält aber gut was aus der Turm hier. Ho, ho. Da liegt ein Nova tot. Ah. Da liegt Dossi tot. Da liegt Dossi tot. Du hast Dossi. Überfahren worden vom Zug? Nee, ich hab mich an deine Leiche... Nee, der hat sich direkt... Er hat sich direkt neben dich gelegt, weil er so solidarisch ist. Der wollte doch nur... Der wollte doch nur wieder Leichen flattern. Ich wollte mich neben dich hinstellen und salutieren und leider war noch Säure neben dir. Naja, salutieren. Der hat schon die Taschen aufgemacht, um einzupacken. Das Leid kann ich mir nicht anziehen. Nee, ist auch besser so, Ventum. Ich auch nicht. Glaub mir, ich auch nicht. Erst macht er... Erst macht er das Autoschrott. Ach, Gottchen. Wurm reparieren? Hey, was? Was für Wurm reparieren? Ach, Gottchen. Hier bitte passende Musik einblenden. Wir laufen und laufen durch die Wüste. Ah, nee, warte mal. Hier würde reinpassen und die Karawane zieht weiter. Der Sultan hat Durst. Ach, guck mal, Annova. Hallo. Ich grüße sie. Der leichten Fledderer. Was, der leichten Fledderer hier? So. Apropos. Ähm, bauen wir Mikroprozessoren schon provisorisch? Hallo? Die haben wir gerade geforscht. Ich verstehe die Aussage nicht. Bauen wir sie oder nicht? Ich verstehe die Aussage auch nicht. Keine Ahnung. Also nicht hier bei mir. Ich habe keine Schwefelsäure. Was hast du überhaupt? Hast du rote Schandkreise? Ja. Ja, also. Hast du Schwefels? Aber nicht viel, weil mir fehlt das Kupfer. Ach so. Ja, dann, ähm... Ja, ähm, lasst uns mal doch, ähm... Ja, deswegen wollte ich hier gerade hin und eine kleine provisorische Anlage bauen für die... Elektrischen Erzförderer. Mhm. Habe ich doch schon. Hast du? Wo? Ach da. Da hat es 200 Erzförderer drin. Hat er es. Nicht mehr. Hat er es, sage ich doch. Ach so. Ach, was passt denn in diese Rüstung rein? Ach, gar nichts. Aber die falsche. Ach so, warte. Hey, was ist denn? Ist das schon wieder ein anderer Hotkey? Ach, ich habe die schwere Rüstung noch. Leute, ich habe gar keine modulare Rüstung, sehe ich gerade. Lohnt sich das hier noch zu bauen überhaupt? Modulare brauchst du irgendwo... Nee, brauchst du gar nicht. Ja, ja. Die Aufleistungsrüstung. Ja, da pass ich drauf. Das ist aber nicht U18-konform. Und nehmen wir unseren Kohlezug da oben. Aufpassen, dass wir nicht zu viel Kohle abzwacken. Vielleicht, wartet mal. Ich steige. Kann ich das einstellen? Ah, nee, ist schon eingestellt. Perfekt. Kann das ja gar nicht passieren. Sehr gut. Habt doch gut gemacht. So. So. So, nach 13 Stunden verabschiede ich mich jetzt auch mal wieder. Muss leider morgen arbeiten. Johnny, Marc, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs lange, lange durchhalten. Äh, schlafe gut. Danke für deinen Support. Und wir sehen uns. Bye, bye. Ja, was ist gut. Bye, bye. Zufällig, jemand noch Batterien einstecken? Für mich? Nein. Also nie Batterien. So. Gibt's da oben noch Batterien? Ja. Äh, bestimmt. Müssten noch ein paar drin sein. Ja, 15 hat's hier oben noch zum Abholen. Äh, das reicht nicht. Wo sind die denn? Oh, unser Strom ist noch mal von Arsch. Äh, achso, ich hab falsch kopiert. Ja, ja. So, lieber Phantom, guck mal, wie das hier funktioniert. So, ich weiß nicht, was du hast. Was? Was? Ja. Ich hab ja jetzt keinen doofen Kombinator, der hier fehlt. Wie hast du das jetzt eingestellt? Hab ich nicht gesehen. Ähm, es muss alles sein, nicht irgendwas. Weil bei irgendwas ist halt, wenn du kein Signal hast, dann ist es falsch. Und am Anfang hast du halt kein Signal, weil ja nichts in den Kisten ist. Und dann ist halt... Achso, auf den Greifarm. Ja, ja, du brauchst alles beim Einladen. Hab das nicht. Hab den Klipperstelle. Äh, okay, danke. Bei welchen der Aktionen hat er so viel? Vom Leichenflattern. Ja, wahrscheinlich. So, äh... Was mach ich hier oben? Ich weiß es auch nicht. Achso, ihr macht jetzt hier auch Flüssiggas aus Leichtöhe. Das müssen wir aber mal in einem etwas größeren Stil aufziehen, würde ich meinen, oder? Das war nur Profisurrichter. Ja, ja, durch mich schon. Ich mach da mal. Äh, warte halt mal hier. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Ist da etwa ein Dungeon im Anmarsch? So, da ich grad den Hotkey nicht kenne, pieren wir das einfach so rein. Weiß es nämlich grad nicht. Mist. Ah, warte mal, wir können hier abrechnen, dann kriegen wir den ganzen Kram. Oh, von wegen. Ach, come on, wegen einer Scheiß... Was fehlt mir? Wegen einem kacken Motor. Hat jemand einen Motor da? Ja, der... Fretter, hast du einen Motor dabei? Nein. Äh... Hast du eine Pumpe dabei? Reicht mir auch. Guck mal, hier sind noch Motoren. Ich wollt grad sagen. Dossi. Ganz viele. Da, wo ich gepinkt hab. Ah! Danke. Das ist der eine oder andere Motor ist da drin. Fretter, machst du mir, äh, 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 Eisenplatten? Zufällig gerade. Äh, Ruse. Stehen bleibst. Dankeschön. Ich steh bleib, ich steh doch die ganze Zeit schon. Vielen Dank. So, jetzt ziehen wir einmal durch. Scheiß auf Tunnel. Brauchen wir nicht. Ähm, jetzt... Gebt mich wieder alles aus hier. Wobei, das reicht mir ja sogar. Passt. So, Wasser. Äh, pff. Ja. Wollen wir einfach hoffen, dass das Wasser noch reicht. Wieso kommt hier ein... Also... Wieso sehe ich an der rechten Seite meines Bildschirms einen Pfeil, wenn ich auf das Rohr gehe, nach rechts 10,5 Meter? Was will mir dieser Pfeil sagen? Hier ist ja auch nichts. Wenn du hier mal auf das Rohr gehst, krieg ich... Ah, guck mal. Unten krieg ich einen Pfeil, das sind 14,9 Meter. Und das noch so ist. Sehe ich da die Hauptquelle, wo es herkommt? 150 Meter nach oben? Und 6,7 Meter nach links? Keine Ahnung. Bis Pumpe? Da ist schon wieder einer, Dorsi. Okay, das ist aber zum Glück geplatzt durch irgendwas. Ah, da oben ist noch ein Tum. Aha. Ja, ich vermute mal, ähm... Ne? Ich kann aber nicht ständig hinrennen. Ähm. Keine Ahnung. Warum muss man seine Mauer da aufbauen? Ich bin noch dabei. Die Drohnen sind ja die schnellsten. Ach, eigentlich bin ich mal nicht für die Mauer zuständig. Die Hälfte. Da oben. Da oben. Da oben. Fast noch. Leichtöl. Ähm. Ich würde jetzt mal das Provisorium hier abreißen, weil ich baue es ja eh größer auf. Dann kommen wir auch hier ein bisschen mehr rum. So, dann ist das Leichtöl, das ist das Leichtöl, das ich brauche. Nach da oben. Das hier kann man wieder da anschließen. Weil da, dann ist der Tank eigentlich auch obsolet. Den Kunststoff können wir eigentlich auch abreißen, weil der wird hier oben gebaut. Und bei Phantom ja auch gebaut. Das heißt, das können wir hier anschließen. So, dann hätten wir das. Äh, Leichtöl. Weiß nicht, ob man es jetzt braucht oder nicht. Ist egal. Ich baue das jetzt so, wie man es früher gemacht hat. Mit den Rohren. So. Na, Phantom, hast du mir noch mehr Eisen? Oder Rohre? War auch geil. Rohre habe ich gar nicht. So, das war es aber. Das war es aber. Warte mal, kann ich das nie bauen? Ne, geht nicht. Ja, geht schon, aber... Ach, egal. Reicht das? Ja, das reicht. Perfekt. Druckreichweite vielleicht. Ja, aber warum nur beim Wasser? Ne? Also nur bei der Wasserleitung kommt das. Wenn Baubrohnen einen Auftrag haben bei einer Blueprint, wird die etwas heller als die anderen. Ah, also wird es visuell dargestellt. Mhm. Okay. Auch nicht schlecht. Ach, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Kann ich gleich hier Ding durchknallen. So. Scheiß auf Tunnel, ganz ehrlich. Die Tunnel brauche ich eher hier. So. Ähm. Eine Chemiofabrik kann ich hoffentlich noch bauen. Ja, kann ich bauen. Sehr gut. Bisschen mehr davon. So. Aber man kann halt echt viel, viel schöner jetzt bauen, dadurch, dass man die Rezepte tauschen kann. Das ist super nice. Super, super angenehm. Die Eingänge. Ja, ja. Das ist mega. Äh, ups. So. Äh, ah, hier fehlt noch Wasser. Moment. Äh. Oh, verbinden wir Wasser. Hm. Hm, 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 hm. Zack. So. Jetzt kriegen wir ein bisschen mehr hoffentlich an Flüssiggas hier. Hier ran. Huh, neues Sounds beim Einbauen der Module. Auch nicht schlecht. Ich hab dann eigentlich alles Sounds gekriegt. Hm. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. So, jetzt kriegen wir hier, äh, 16 pro Sekunde raus. Was verbrauchen wir hier? 30 alle zwei Sekunden. Hehehe. Ja, okay. Ja, wobei man merkt, 1,3, 1,2. Oh ja, doch. Man merkt, das Leichtwühl verarbeitet wird gut. Was hört sich hier unten aus? Es wird hier auch deutlich weniger. Ähm. Warum kann der hier nicht abnehmen? Ach, weil hier eine Schaltung ist. Alles klar, okay. Das ist im Ordnung. Hm. Ich gehe nach grünen Schaltkreise. Ja. Was ist hier das da? Hast du dein Ding begrenzt, ne? Dein Bahnhof bei, äh, für Schwefelannahme, ne? Ja, das ist begrenzt. Ja, ja. Warum geht da kein Wasser rein? Ah, ja, okay. Braucht das da? Habe ich schon immer Schwefel gebraucht für blaue Schaltkreise? Irgendwie kommt mir das nicht bekannt vor. Schwefel? Ja. Ja. Schwefelsäure, ja. Schwefelsäure, schon immer gebraucht. Echt? Die hat mich schon immer gebraucht, ja. Kann ich mich nicht dran erinnern, ey. Oh. Okay. Das war schon immer so. Das ist aber ein Kreisstück. So, wie viel muss ich bauen? 40 Stück, ach du Scheiße. Und was mangelt es hier an grünen Schaltkreisen? Okay. 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 Ich glaube, ich habe ein paar Batterien zu nehmen. Was fehlt den Batterien? Auch Schwefelsäure. Was fehlt euch? Achso, Schwefelöhe. Das ist sogar das kleinste Problem. Ja. So, wie schaut es unten in der Base aus? Phantom ist... Ach, guck mal. Der hat schon seine Drohnen, seine privaten. Aha. Der hat bestimmt auch schon... Ah, der hat noch eine modulare Rüstung für andere. Ja, wo soll ich denn die Hochleistungsrüstung hernehmen? Weiß nicht. Ich brauche ja gleich eine. Zu lange kein Faktorium mehr gespielt. Die untere Linkanlage hat kein Lightroom mehr. Habe ich, glaube ich, gemacht. Ist es jetzt so, dass man nur ein einziges Kohlefeld hat? Wie? Dass man nur ein einziges Kohlefeld hat? Hä? 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 Nee, guck mal hier. Da hat es noch Kohle. 10 Millionen. Also, nee, nee. In den Ressourcen hat sich da nichts geändert. Unten links ist die Fabrik nicht angeschlossen. Meintest du das hier? Das hat sich ja geklärt, hoffe ich. So, rein damit. Frage ist, ob das hier reicht. Nee, das wird nicht reichen. Scheiße, muss ich das hier nehmen? Ja. Das frisst halt auch zu viel. 20 elektronische Schaltkreise. Roten reichen aber, oder? 2. Ja, dann nehmen wir hier mal alles. Passt. Ist halt extrem viel. 11 Stück. Dann holen wir Schaltkreise nochmal. Oh, FFA. Oh ja, jawoll. FFA. Wir hören mal gleich mit. Ausrufezeichen FFA. Schaffen wir den Rekord noch ein einziges Mal heute. Einfach mal alle gemeinsam in den Chat. Ausrufezeichen FFA. Ganz easy, ganz leicht. Müsst gar nicht viel tun dafür. Ich würde sagen, Rekord liegt bei 5000. Genau. 50 Leute. Und der wurde heute hingekommen. Ja. Und der wurde heute hingekommen. Und der wurde heute hingekommen. Und der wurde heute hingekommen. Vielen Dank.